Wie ist der Name? Ratatatatatatatatat. Ganz genau. Big Bam. Also ich spül's beim linken Boden, dass wir hier jetzt rechts vorne beit haben. Ja. Fuck. Achtung mal, du musst den Namen gut drunter halten. Geben wir das souverän ran, wie immer. Ja, wenn die ersten kommen, müssen wir mal zwei mal in die Luft schießen. Dann machen sie sich alle in die Hose. Ja, auf der Fläche ist abgemacht nicht so geil. Aber im Kompon bist du King. Habe ich ja eben, ich habe den auch wieder schrubt und geholt. Ich würde mir die sogar nicht kaufen. Aber es gibt ja auch einige Spieler, die haben so viel Code, das ist völlig egal. Da vorne ist ein Armut drin, was einen Feuerwiss gibt. Das ist ein Armut drin. 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 Das ist ein Armut drin, glaube ich. Links sind Hunde. Das ist ein Armut drin, wie ich bin. Und da vorne ist ein Armut drin. Das ist ein Armut drin. Ja, das wollen wir nachhauen. Ruhe, 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 Ruhe! Du kommst draußen, ich bin mir nicht sicher. Nein, du hast mir recht nach links gerannt eben. Also da müsste einer sein. Werf was rein, wir pushen, ja? Ich hab Dynamit dabei, aber... Die Blätterwerps ist super. Ich bin drin, draußen. Ja, ja klar. Ich bin drin, ich bin drin, ja. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Wo liegt denn der andere? Wo liegt denn der andere? Könnt ihr den anderen anzünden? Nein, also... Wir müssen jetzt einig werden. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Bei mir. Bei mir. Ja. Aber muss ich beeilen, ich bin auch da, beeil dich. Gehen. Der andere war bei mir oben. Der andere war bei mir oben. Der war am Fenster bei mir oben. Bitte aufpassen. Er kommt zurück, er kommt zurück. Achtung, ich muss mich heilen. Am Fenster. Ja. Du musst noch banish, banish, banish. Warte, du brauchst banish. Bannish? Ja. 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 Nice. Ich bin leer. Hey komm her, jetzt fliegt ihr gegen die Proditionskiste bei mir. Oder? Ich bin hier oben. Jo, danke. Ich würd's zum Refillen mal verrenken, jetzt. Wie nimmt man nochmal die Modition raus? Und dann wieder tauschen. Wie nehm ich die Muni? Geht bei mir nicht. Geht bei mir nicht. Da geht es auch weiter. Nein, nein. Oh. Da oben habe ich das rübergefallen, da ist er hier raus und umgespült. Wo denn? Nö. Das ist so eine Kurbelwelle zum Aufmachen und da ist ein Lager drin. Oder da wo wir mit Romm gespült haben, glaube ich. Ja, lass mal hingehen, weil ich habe noch vier Schuss drin. Bleibt gut. Ich schau dann gleich. Ich schau. Okay, einer auf Norden. Einer auf Norden. Ja. Irgendwo da hinten. Auf mich war das. Aber auf die Distanz würde ich sagen, das ist ein Sniper. Aber ich hätte ehrlich gesagt... Ich weiß noch, ich habe immer was. Geh weg. Das ist süß. Nur halt weg. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Aber... Ich nehme die Uppercut mit. Wir gehen ja nicht mehr in den Compound, ne? Ja. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, ich nehme die Musil mit. Lieber kommen... Da hat einer eine Long-Rifle. Ich gehe raus. Aber ich hätte relativ schnell geschäden können. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Irgendwo da hinten, passt auf, gell? Wir laufen ihm einfach entgegen. Wo ist er? Irgendwo dahin. Aber denkt dran, dass ich von dem Explochen gelaufen bin. Wo ist er? Ja, links von uns zwei Stück. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ja, drei Stück. Ja, da. Einer down. Ja, ich muss mich heilen. Was ist da? Beide bei dir, ja. Mach langsam. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist noch, Alter, Achtung. Hier ist immer ein. Kann sich holen. Mit... Ne, noch nicht. Ja. Alter, ey. Wie der da los ist. Hol dich, ja? Wir sind direkt neben dir. Ich hab den zweiten. Aber... Ich hab nur noch zwei Schuss in der Upper Cut. Schau mal, am besten mal hier in die Lücke rein, wo ich bin. 2 Sekunden. Nice. Haben wir alle? Alle down, ja. Super. Junge, Junge. Lass mir aber eins. Okay. Schon gut. Sollte auch einen Bounty haben, aber damit ich verfehle. Super gemacht. Geile Ganner. Geile Ganner. Ah, ja. Geile Ganner. Sehr schön. Aber ich finde die... Hier die... Die Achtung ist nicht so geil auf dem Medium. Ja. 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 Ah, die Achtung ist mit dem Start. Hat keinen Thread fallen lassen. Ist ein Skill. Ich habe noch mal geschaut, alles gesehen. Ich laufe mal Richtung Expansion, Mosin und Aproposkarte. Ja. Ne, ich habe jetzt Affo. Ja, eine Affo in der Sammlung ist auch schön. So Trollstunden. Ja, die Affo ist echt nur was für Compounds. Nur für Leute, die ein bisschen mehr ein als wir es haben. Ja, ja. Ach, das ist nicht so. 28. Ja, Doppelwarnchen und Kassid würde ich sagen. Alles klar, ich habe gerade mal geschaut. Genau. Haha, sehr gut. Takt uns jetzt wahrscheinlich, damit wir uns wieder zurückkommen. YouTube. Ja. Ah.